Der Maler Max Liebermann zählt nicht nur zu den bedeutendsten Repräsentanten des deutschen Impressionismus. Als Präsident sowohl der Berliner Sezession als auch der Preußischen Akademie der Künste zielte sein gesamtes Wirken auf eine Modernisierung der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts ab. Bereits die Wahl seiner Motive war unkonventionell und wurde von vielen seiner Zeitgenossen als zu profan abgelehnt. Denn jenseits von Glanz und Glamour malte Liebermann ganz alltägliche Szenen aus dem Leben des Bürgertums, aber auch von einfachen Leuten wie Bauern oder Arbeitern. Auch in diesem Gemälde zeigt er keine edle Gesellschaft, sondern ein aus allen Schichten und Altersklassen gemischtes Publikum. Es ist das typische bunte Treiben in einem Münchner Biergarten. Das Original befindet sich in der Neuen Pinakothek in München. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. what Vielen Dank.